Team Lisa Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wünschen wir auch. Ist die Technik bereit? Hier ist wieder alles klar. Die Technik, die läuft wunderbar. Oh, der Herr Schäfer versucht zu rappen. Ich glaub, das können wir noch ein bisschen besser, oder? Zeig's ihm, Lulu. Hallo Leute, wir sind heute auf dem Bauernhof. Alle Tiere sind in Ordnung, nur eins ist doof. Denn es findet sich so lässig und so obertoll. Und es quasselt alleinander in die Ohren voll. Das Rap-Kuhn. Ja, ich rappe so toll und ich bin gut drauf. Und beim Rappen hab ich immer eine Mütze auf. Und es gammelt auf der Leiter oder im Gestreuch. Und es kommt aus seinem Schlabel immer dummes Zeug. Und die anderen Tiere kriegen dieses dumpfe Gefühl. Wo die Trauenzellen fliehen, ja dort watscht man viel. Das Rap-Kuhn. Das Rap-Kuhn. Das Rap-Kuhn. Das Rap-Kuhn. Das Rap-Kuhn. Das Rap-Kuhn. Ja, ich rappe so toll und ich bin gut drauf. Und beim Rappen hab ich immer eine Mütze auf. Und es redet und es redet und es hört nie auf Und der Bauer, der wird sauer und er regt sich auf Doch die Kühe haben Mühe und sie machen Muu Und inzwischen halten alle sich die Ohren zu Das Rap-Huhn Das Rap-Dun Das Rap-Dun Das Rap-Dun Ja, ich rappe so toll und ich bin gut drauf Und beim Rappen habe ich immer eine Mütze auch Heute grüßen wir die Kinder von der Grundschule in Nanzenbach Ja, und wir grüßen natürlich auch die Eltern und die Lehrer Ja, und unsere alte Freundin, Frau Peter Der Witz des Tages kommt heute wieder aus Darmstadt Viel Spaß dabei Ja, viel Spaß Und hier der absolute Witz des Tages Was machen Schafe, wenn sie sich streiten? Sie kriegen mich in die Wolle Tschüss, bis zum nächsten Mal 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 Tschüss, bis zum nächsten Mal